Grüezi und herzlich willkommen bei der BSH Hausgeräte AG. In diesem Kurzfilm möchten wir Sie über die Änderungen der neuen Gesetzgebung rund um das neue Energielabel informieren. Vor rund 25 Jahren wurden die ersten Energielabel eingeführt. Die Absicht des europäischen Gesetzgebers war dabei, die Konsumenten neutral über den Energieverbrauch von Hausgeräten zu informieren und die Hersteller dazu zu bewegen, Entwicklungen voran zu treiben und energieeffizientere Produkte zu produzieren. Vor rund 10 Jahren hat man die Energieeffizienzklassen A+, A++ und A++ ergänzt. Da sich mittlerweile die meisten Geräte in der besten Energieeffizienzklassen befinden und sich wenig Spielraum für Verbesserungen ergeben, hat man sich dazu entschieden, die Energielabel zu überarbeiten. Lassen Sie uns den Blick auf die neuen Energielabel werfen. Zu den wichtigsten Änderungen gehören folgende Punkte. Neue Mess- und Berechnungsverfahren für die Labelwerte. Die Reskalierung auf die Energieeffizienzklassen A bis G. Die verwirrenden A++ und A++ Effizienzklassen fallen weg. Sowie oben rechts den QR-Code mit der Verlinkung zu der Energieeffizienz-Datenbank April, die ab März 2021 für weitere Informationen sorgt. In der ersten Welle wird das Energielabel für Kühlgeräte, Gefriergeräte, Spülmaschinen, Wäschmaschinen und Wäschmaschinen-Trockner-Kombigeräte eingeführt. Die Dämbler folgen in einer zweiten Welle. Lassen Sie uns die relevantesten Änderungen in der einzelnen Produktkategorie gemeinsam anschauen. Die Einstaufung von Geschirrspülern in die einzelnen Energieeffizienzklassen basiert weiterhin auf dem Programm ECO. Neu wird neben dem Energieverbrauch des ECO-Programms gemessen auf 100 Zyklen auch die Dauer des Spülprogramms angegeben. Für die Ermittlung der Energieeffizienzklassen von Kühl- und Gefriergeräten gelten umfassendere Kriterien und Messverfahren. Das Label liefert Informationen zum Gesamtnutzinhalt von allen Kühl- und Gefrierfächern sowie zu den Geräuschemissionen. Eine schweizspezifische Restriktion gilt es dabei noch zu erwähnen. In der EU ist die Mindestanforderung für Kühl- und Gefriergeräte die Energieeffizienzklass F. In der Schweiz ist sie jedoch die höhere Energieeffizienzklass E. Mit Ausnahme von Wein-Lagerschränken und einteuerigen Kühlgeräten mit Gefrierfach. Dort gelten andere Grenzwerte. Die Label-Werte für den Energieverbrauch und die Programmdauer bei Wäschmaschinen ist wie bei Spülgeräten auf Basis von 100 Wäschzyklen und einem Labelprogramm festgelegt. Das Labelprogramm ist zudem auch das effizienteste Programm. Lassen Sie sich aber in Zukunft nicht verwirren, wenn Sie eine Wäschmaschine mit Energieeffizienzklass C neben einem Tumbler mit Energieeffizienzklass A++++ vorfinden. Denn wie bereits anfangs gesagt, sind Tumbler vom Energielabelwechsel nicht betroffen. Die grösste Änderung finden wir bei den Wäschmaschinen-Trockner-Kombigeräten. Denn seit der Einführung 1996 wurde das Energie-Label nicht überarbeitet. Da die Kombigeräte meistens auch nur zum Waschen verwendet werden, hat man im neuen Energie-Label zwei Spalten eingeführt. Auf der rechten Seite befinden sich die reinen Wäschwerte. Auf der linken Seite finden sich die Werte für das Waschen und Trocknen in Kombination. Alle unsere Geräte, die vom Energielabelwechsel betroffen sind, werden bereits jetzt mit dem alten sowie auch mit dem neuen Energielabel ausgeliefert. Geräte, die nur das alte Energielabel haben, dürfen noch bis am 31. Dezember 2021 abverkauft werden. Ab dem 1. März 2021 darf nur noch das neue Label ersichtlich sein. Auf der Webseite, in den Showrooms oder in den Prospekt. Haben Sie weitere Fragen? Rund um das Thema Energielabel stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.